Angelmeister 96 hier Baby. Leute, ich werde meinen Kanal umbenennen und es tut mir so sehr leid, aber ich glaube, die ganze Welt sollte erfahren, dass ich jetzt Angelmaster 96 bin, okay? XX Angelmaster 96 XX. Das ist richtig. Wie gefällt euch meine Angelmütze? Das ist Evoli von Pokémon. Sagt euch das was? Evoli kann sich in verschiedene Pokémon entwickeln. Extrem krass auf jeden Fall. Und heute wird Angelmaster 96 XX ein Boot holen. Ein Boot, womit wir extrem krasse Fische fangen werden, Leute. Mit dem wir uns noch mehr Boote kaufen werden. Wir werden so viele Boote haben. Wir werden so viele Boote haben, wie du Nippel hast. Ganz genau. Zwei Stück. Let's go. Angelmaster 96 ist immer bereit für das Angeln. Jetzt verstehe ich auch, wieso ich eine Blockade habe, wenn Leute bei mir sind und ich es nicht aufnehmen kann. Zum Glück bin ich alleine. Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Cat Goes Fishing mal wieder. Und heute werden wir, beziehungsweise im letzten Part, haben wir einen Schwertfisch gefangen für 400. Motherfucking 1000, okay? 400.000. Hast du schon mal so viel Geld gesehen mit einem Fisch? Okay, ich weiß zwar nicht, wie teuer ein Schwertfisch im Echtleben ist, aber hier ist ein Schwertfisch auf jeden Fall gottlike. Ihr habt mir in den Kommentaren gesagt, es gibt noch teurere Fische, okay? Mehr Fische, die deutlich teurer sind. Deswegen, wir haben am letzten Mal 4000 bekommen und ich wollte unbedingt mir ein neues Boot. holen und das werden wir auch tun. Wir werden für 360.000 neues Boot holen. Und jetzt haben wir noch 94.000 Geld übrig, was unnormal ist, okay? Ich glaube, es wird Zeit, um die Brille aufzusetzen, weil die extrem nervt. Danke. Leute, so viel besser, ne? So viel besser. Und sagen wir, bei 3K Likes in der Stunde lade ich so schnell, wie möglich, die nächste Folge davon hoch. Also, viel Spaß! Ehrlich gesagt, ich kann diese Musik nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wieso. Ich kann sie aber nicht mehr hören. Deswegen verkaufe ich meinen Hut jetzt und hole mir eine Ballcamp. Richtig, ja, neue Quest. Wir können jetzt vier Quests haben. Okay, let's go. Also, wir haben jetzt neues Boot. Damit können wir deutlich weiterkommen, okay? Die nächste Angel kostet 320.000. Wir hätten uns die auch holen können, definitiv sogar. Aber es gibt noch ein besseres Boot und es gibt nur noch eine Angel. Das heißt quasi, wir haben erst mal das neue Boot geholt und dann holen wir uns die neue Angel. Aber na gut, lass uns loslegen und lass uns ganz weit nach rechts fahren. Es gab ein paar Kommentare, da stand, dass man 20 Sekunden nach rechts fahren muss. Da findet man irgendwie einen Stein. Da muss man ein bisschen nach links fahren. Und dann findet man irgendeinen Fisch, der extrem teuer ist. Und ich fahre gerade so lange, Leute. Ich glaube nicht, wie lange ich fahre. Das ist unnormal, Leute. Wow, wie lange fahre ich? Das hört gar nicht mehr auf. Hä? Was? Okay, endlich. Ich dachte schon so, what the freak. Ey, wenn wir hier nichts Neues finden, habe ich keine Ahnung. Komm schon. Ja, du bist aber ganz und gar nicht neu. Oh shit. Oh shit, Bro. Wow. Oh mein Gott, ihr seid neu. Oh shit. Alter Schwede. Hier. Warte mal, vielleicht finden wir einen Schwertfisch. Oh mein Gott, wäre das ein Traum, wenn wir einen Schwertfisch finden würden. Aber leider nicht, oder? Oder was seid ihr, Leute? Denkt ihr, wir würden einen Schwertfisch finden? Ich glaube zwar eher weniger, aber stell euch mal vor. Nochmal 400.000? Das wäre... Wow. Alle gehen von ihm weg, Leute. Hier gibt es Fische, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Und dann werde ich den erstmal als Köder verwenden. Und dann versuchen wir etwas Größeres, Besseres zu fangen. Und jetzt können wir uns ein... eine Chuchuk holen. Und wir holen uns einen Lightbulb. Und jetzt werfen wir den. Und lasst mal sehen, vielleicht bekommen wir irgendwas Gutes. Was? Wieso wird da... Achso, der hat Angerbissen. Oh shit, warte mal. Ja, doch, euch kann ich fangen, weil ich hab euch wortwörtlich... Wollt ihr nicht dann? Hallo? Hallo? Okay, die wollen bestimmt irgendwas ganz Besonderes. Ich weiß zwar leider nicht, was... Was tust du... Was genau ist bei dir schief, Bro? Er will zwar anbeißen, aber irgendwie will er auch nicht. Und wieso geht's... Ach, ich hab die falsche Angel. Ich glaube, ich hab die falsche Angel, Leute. Ja. Ich hab 100% nicht die falsche Angel, oder? Ja, ich muss die Quickrod nehmen. Ja, ich hab die falsche Angel. Na super. Okay, Hugehook nochmal und wirf. Okay, jetzt haben wir die richtige Angel, Leute. Ich hab mich schon gewundert. Oh shit, hier gibt's so viele komische Fische, Leute. Keine... Oh nein, nicht ihr. Nicht ihr. Oh bitte nicht ihr, danke. Uh, da unten. Oh nein, nein, nicht anbeißen, nicht anbeißen. Auf keinen Fall anbeißen. Ich will auch unten kommen. Oh, hier sind die Gelben? Dein Ernst? Wow! Oh nein, warte mal. Das ist okay, oder? Komm schon, beißt du an. Ich weiß zwar nicht, wie viel wert du bist, aber du siehst nachher extrem viel Geld aus. Bitte beißt an. Ja! Ja! Wir haben einen neuen Fisch gefangen. Wie viel wert bist du? Komm schon, wenn du nicht mindestens 20.000 wert bist, hab ich keine Ahnung. Okay, du musst viel wert sein. Ich meine, du bist so weit und man braucht so ein gutes Boot. Alter Schwere, das gibt's so oft. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Den Typen gibt's so oft dort draußen, ne? So verdammt oft, Leute. Ich meine, ihr habt's gesehen, wie oft der Typ da ist. Wow, was bist du? Keine Ahnung, was das war, Leute, aber... Sehr interessant. Gib mir jetzt mal bitte einen kleinen Fisch. Ähm, okay, weiter kann ich nicht. Kannst du bitte? Oh nein, bevor... Ah, lass mich in Ruhe! Der Freund stirbt! Das ist richtig. Du konntest ihn nicht retten. Du konntest nix für ihn tun. Okay, Huge Hook ist gekauft, Leute. Bedeutet, wir können wieder nach unten. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr interessant. Wir haben hier ein paar Missionen, die wir machen können, schätze ich mal, was ziemlich cool ist. Aber lass mal... Nein, bitte nicht, bitte nicht anbeißen, nicht anbeißen. Ich will dich nicht. Oh nein, ich siege... Diese Gelben müssen immer irgendwo da sein. Oh mein Gott, was sind das für Fische hier? Ah ja, der eine Fisch hat Angst vor Licht, by the way. Nur mal so zu Ende. Okay, er hat Angst vor Licht. Geht's ja tiefer, by the way? Ich glaube, hier geht's tiefer. Wow. Oh mein Gott, wo sind wir? Ich glaube, hier geht's tiefer, Leute. Immer noch tiefer, oder? Das war's, ne? Tiefer geht's, ich glaube, gar nicht, oder? Nee, tiefer geht's nicht. Wir können nicht tiefer kommen, weil die Angel das nicht mitmacht. Ich verstehe. Ich seh's, ich seh's. Oh, shit, überall sind Steine. What the freak, wir sind in so einer Art Höhle, oder so. Extrem abgespaced, Leute. Keine Ahnung, was hier vor sich geht, aber sehr interessant. Okay, komm schon, gib mir irgendwas Gutes. Die Haie befinden sich übrigens nicht allzu tief, aber ich meine, der eine hat 100.000 gekostet. Wie teuer war ein Hai? Ich glaube, keine 100.000, Leute. Ich glaube wirklich keine 100.000. Und der eine Typ, den man nur ganz kurz sieht, in den Kommentaren stand, dass der Angst vor Licht hat. Es erklärt einiges, okay? Es erklärt einiges. Kann ich vielleicht den für 100.000 nochmal mitnehmen? Das wäre ein Wort, würde ich einen Traum. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach links. Vielleicht finden wir irgendwas Gutes. Wo sind die ganzen Fische hin? Oh nein, nicht die Sizer, geht weg. Oh, da unten ist so erleuchtender. Sehr interessant. Komm schon, irgendein guter Fisch. Boah, hier gibt's viele Sizer, Leute. Zum Glück könnt ihr nicht anbeißen. Wow, was bist du? Was seid ihr? Ihr seid sehr schöne Fische. Oh mein Gott. Alter Schwede. Warte mal, da unten war jemand. Da unten war irgendein Fisch, der sah interessant aus. Oh, Schwertfisch. Perfekt, Leute, der bleibt hier, oder? Bleibt der? Ja, der bleibt hier. Merke ich mir, Leute, ich werde jetzt an der Stelle bleiben, weil... Den Schwertfisch, ich meine, der ist 400.000 wert, damit könnten wir uns alles holen, okay? Ja! Immerhin etwas, okay. Lasst uns jetzt einen holen, der... Ähm, so... Der dieser einer... Hier, dieser... Wie heißt der? Pufffisch oder irgendwie so eine Art. Und den holen wir. Und dann werden wir den Schwertfisch fangen, Leute. Wenn ich den finde. Ich hoffe, ich finde ihn. Bitte. Ich meine, 400.000. So viel Geld, Leute. Ja, wir werden dich behalten. Wir werden dich behalten, meinetwegen. Oh, nein, da sind diese Teile. Bitte geht weg, bitte nicht anbeißen. Ich suche einen Puffer oder wie auch immer die heißen. Ich hab... Nein, nicht du. Geh weg, bitte. Alter, ihr seid ziemlich schnell, kann das sein? Ja, ihr seid ziemlich schnell. Nein, nicht anbeißen. Nein. Okay, das ist jetzt extrem nervig. Ich würde gerne so einen Pufffisch anbeißen lassen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Weil dann könnten wir, beziehungsweise... Ja, da ist einer. Yeah, Baby. Alle werden nicht von ihm weggehen, Leute. Und ich glaube, wir brauchen nicht mal einen Haken für den. Da ist einer. Da ist der Schwertfisch. Leute, da ist ein Schwertfisch. Ah, wir brauchen doch... Wir brauchen einen Haken für ihn. Oh, nein. Wir brauchen wirklich einen... Brauchen wir einen Haken? Warte mal. Bleibt der Schwertfisch nicht einfach so an ihm? Oder wie sieht's aus? Das ist... Ne, okay. Wir brauchen einen dieser Haken. Aber das Problem ist, wenn ich ihn jetzt nach oben ziehe, da kann ich ihn nicht nochmal verwenden. Verdammter Mist. Das heißt, ich muss doch einen davon finden. Oh, jetzt ist er ganz weit oben, der Schwertfisch. Okay, du kommst nach hinten, weil ich brauche eine kleine Dingsabumse. Und jetzt lasst uns wieder so einen finden. Bitte, 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 bitte. Da ist einer. Da ist einer. Ne, warte mal. Warte mal. Bevor ich die fange, geh weg, bitte, geh weg. Ich brauche jetzt schon eine Huge Shock jetzt schon, okay? Was extrem krasses, Leute. Hier, jetzt kommt... Ja! Und jetzt können wir den Schwertfisch nochmal fangen. Was? Bitte sag... Ist das ein Witz, oder? Wo ist das Schwertfisch? Hallo, kannst du bitte anbeißen? Will der anbeißen? Nein, er will nicht anbeißen. Keine Ahnung, was da los ist. Wo ist der Schwertfisch? Wieso ist er weg? Er hätte anbeißen müssen. So habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Okay, ich habe... Oh mein Gott. Wow. What the frick. Okay. Ging leider irgendwie nicht. Keine Ahnung, was so schief ging, Leute. Ich glaube... Ne, glaube ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was glaube ich überhaupt. Ich glaube irgendwie gar nichts gerade. Hä, können die jetzt hier anbeißen? Ja, die können anbeißen. Okay, der Köder ist ein bisschen größer. Habe ich einen Haken gekauft? Ich glaube... Wieso nicht? Es kann doch gar nicht sein. Warte, nochmal. Huge Hook. Und jetzt normalerweise... Oh nein, geht weg. Uh, den Blauen hatte ich noch gar nicht, ne? Nein, bitte nicht anbeißen. Nicht anbeißen, nicht anbeißen. Nicht anbeißen, danke. Da. Und ich glaube, jetzt ist der Köder größer. Und ich glaube, jetzt... Jetzt wird der Schwertfisch anbeißen. Ja! Oh shit, Baby. Ja! Okay, lass uns gerade zurückgehen. Erst mal alles verkaufen. Neue Angel holen und so, weil... What the frick. Wenn wir jetzt noch neue Angel haben, Leute... What the frick geht hier vor? Oh, oder ein neues Boot? Ne, ich glaube... Soll ich mir gleich ein neues Boot holen? Ich meine, wie teuer ist das Boot überhaupt? Wir werden es sehen, okay? Wir werden es sehen. Ich glaube, ich hole mir erstmal eine bessere Angel, weil wir haben jetzt schon ein neues Boot für die Folge. Für die nächste Folge hätten wir dann vielleicht das nächste Boot. Mal schauen und verkaufen. Und wir haben 600.000, okay? Ich bin fast Millionär. Nur durch Angeln. Da wir so viel Geld haben, holen wir so oder so die neue Angel auf jeden Fall, Leute. Wir haben jetzt eine neue Angel, was sehr schön ist. Und wir werden sie erstmal upgraden, indem wir... Oh mein Gott, die Sachen sind echt teuer. Die Sachen sind sehr teuer. Wir haben aber das Geld, was sehr schön ist. Okay, Leute, es reicht erstmal. Ich habe noch 124.000. Wir haben jetzt eine neue Angel. Ich habe sie komplett geupgradet. Damit, dass quasi der Faden nach unten gehen kann. Also, ja, und zwar, was ich gelesen habe. Je höher das Level ist, desto tiefer kann man. Das heißt, wenn ich mehr Level bekomme, kann ich noch tiefer, okay? Unnormal, was hier passiert gerade, Leute. Wir fangen gerade die heftigsten Fische, okay? Übrigens, ich habe das Preisschild angelassen, weil dann sieht man, dass es von Pokémon ist. Von der Skala von 1 bis 10. Wie sehr gefällt dir meine Mütze? Sei bitte ehrlich, okay? Lüge nicht. Auch wenn es dir gefällt, sei einfach ehrlich, okay? Und jetzt werfen wir das erste Mal mit dieser Angel. Oh, shit. Wow, das ist unnormal. Okay, wir haben jetzt eine neue Angel, was sehr schön ist. Sie kann aber sehr weit werfen, glaube ich. Naja, die kann sehr, sehr weit werfen. Was sehr interessant ist. Aber gut, wir kaufen jetzt einen Haken. Und dann schauen wir mal nach, was wir fangen können. Wir haben ja die beste Angel jetzt. Es gibt keine bessere Angel, okay? Also, Quickroad ist schon das Beste, oder? Ich weiß nicht, aber nur weil die teurer ist, ist sie nicht unbedingt besser. Na, wir werden es ja sehen. Vielleicht fangen wir jetzt irgendwas. Oder komm, wir haben kein Licht geholt. Oh, vielleicht können wir den fangen. Oh, der kein Licht mag, oder? Oh, es gibt doch diesen einen Fisch, der mag kein Licht. Ist er hier irgendwo? Oh, hat er angebissen? Er hat irgendwas abgebissen. Oh, ach so, er hat nur den Fisch abgebissen. Wieso aber? Verstehe ich das nicht? Normalerweise müsste doch ein anderer Fisch noch anbeißen können, oder nicht? Weil ich habe doch eine Hughchuk gekauft, oder nicht? Okay, wie auch immer. Jetzt kaufe ich auf jeden Fall eine Hughchuk. Okay, und jetzt werden wir erstmal Licht holen, was für drei Minuten hält. Und nochmal eine Hughchuk. Und jetzt werden wir runtergehen und versuchen, irgendwas zu bekommen, Leute. Irgendwas. Mal schauen, wie tief... Nein. Oh, warte mal. Hatte ich die schon? Ich glaube nicht, oder? Und ist der 18.000. Wow, okay, du bist eine Menge wert, Bro. Aber irgendwie kommen gar keine Haie mehr, ne? Ich habe das Gefühl, Haie gibt es hier kaum mehr, so richtig. Ich weiß nicht, wieso ich das Gefühl habe, aber ich glaube, ey, ich täusche mich, glaube ich nicht. Okay, wir haben wieder einen Fisch gefangen. Das Licht hält noch für eine Zeit lang. Ich habe jetzt... Habe ich gerade... Habe ich, oder? Ich glaube, ich habe nächstes Jahr geholt, so einen Haken. Ja, habe ich geholt. Sehr gut. Und jetzt, wir lassen mal sehen, was wir bekommen. Wir müssen ja irgendwas bekommen. Ich meine, wir können so weit werfen. Das ist echt unnormal, Leute. Lasst uns mal so tief gehen wie möglich. Das wäre auch eine Option. Nein, nein, nein. Oh, mein... Ah, da ist der Fisch wieder. Ja, wir können ihn fangen, Leute. Wir dürfen aber kein Licht mitnehmen. Soll ich es mal machen? Wenn das Licht ausgeht, werde ich mal kein neues Licht holen. Oh, shit. Es geht wirklich sehr, sehr tief. Oh, mein Gott. Es ist dunkel. Es ist so... Wieso ist es so schwarz hier? Warte mal, ich sehe gar nichts. What? Ah, okay. Tiefer geht es also nicht. Wieso ist es so dunkel hier? Ich verstehe gar nichts. Jetzt wird es wieder heller. Also, ganz unten ist es noch dunkler, Leute. Ich weiß nicht, ob man da irgendwas finden kann. Keine Ahnung. Aber hier, gibt es hier irgendwas vielleicht? Nee, oder? Nee, da versteckt sich nichts. Oh, das ist cool. Das werde ich bekommen. Oh. Hi, wer seid ihr? Okay, wisst ihr was? Ich versuche mal, das Teil zu bekommen. Dieses Item, was ich dort gesehen habe. Ich würde nur gerne einen Fisch mitnehmen. Da ist er. Oh Gott, ich wünsche mir ein Licht, wenn ich da... Warte mal, wenn mein Licht ausgeht. Ich könnte in der Minute warten. Das werde ich jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt. Nee. Oh, mein Gott. Komm schon. Das ist doch ein Witz, oder? Es ist ein verdammter Witz. Was tust du... Oh, mein Gott. Der Kuppel hat angebissen. Alter, ist das Shiggy? Das sieht aus wie Shiggy. What the frick? Okay, was ist jetzt los? Wie wert bist du? So wenig? Okay, aus Respekt packe ich dich nach hinten. Das ist ein Shiggy-artiger Fisch. What the frick? Oh, mein Gott. Das Licht hält noch so lange. Wieso hält das Licht eigentlich immer so lange? Ich verstehe nicht, wieso das Licht so lange hält. Ich würde gerne das Shiggy-artige Pokémon fangen, ehrlich gesagt. Also der letzte Fisch sah wirklich so aus, als wäre er eine Million wert oder so. Keine Ahnung, der sah so brutal aus. Ich dachte wirklich, der wäre mehr wert, aber nope. Ah, genau. Wir wollten ja die Mütze bekommen. Stimmt. Oh shit, bro. Uh, yeah. Okay, ich merke mir, dass ihr hier seid. Falls ich wieder... Nein, geh weg. Wieso bist du so notge... Okay, das ist echt nervig. Ich will einfach... Oh, das Nemo. What the frick? Alter, wenn der Nemo heißt. Ne, warte mal. Wie voll ist unser Katalog? 49% immer noch? Muss ich die Fische fangen oder... Ich verstehe gerade gar nichts. Wieso immer noch zu 49%? Das ist ja nicht mehr die Hälfte. Okay, kann ich vielleicht die Mütze haben? Uh, was ist das für ein Fisch? Es gibt hier schon neue Fische. Sehr viele neue... Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Ich trage euch so sehr. Und die machen das jetzt jedes Mal, Leute. Jedes einzelne Mal, wenn ich sie sehe, wahrscheinlich machen die das jetzt. Nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, geh ganz tief, geh ganz tief. Nein, bitte. Oh, mein Gott. Hier sind die Gelben. Oh, mein Gott. Der Typ befolgt mich. Bitte lass mich hier zufrieden. Nein, nein. Ich komme nicht da unten. So definitiv nicht. Oh, da ist eine Mütze. Okay, die bekomme ich anscheinend auch nicht. Okay, da okay. Da ist eine Mütze. Kann ich die mitnehmen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich will die ja gerne bekommen, weil ich will die Mütchen gerne sammeln. Aber Problem ist, ich weiß nicht wirklich wie. Denn diese Fische nerven die ganze Zeit. Ich könnte eine Bombe holen. Das würde gehen. Soll ich eine Bombe holen, Leute? Okay, ich hole eine Bombe. Und die explodiert, sobald ein Fisch mich versucht anzufassen. Okay, merke ich mir. Sehr gut. Bitte geh weg. Nein, 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 nein. Ich habe eine Bombe. Lass mich hier zufrieden. Hier muss doch irgendwo eine Mütze sein, oder? Bitte lass mich hier zufrieden. Ich mache das vollkommen ernst. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden. Oh, mein Gott. Keine Ahnung, was passiert jetzt gerade im Leben. Okay, dann eben nicht. Keine Ahnung, wo die Mütze ist. Ich habe sie ohne Licht nicht gesehen. Wir haben ja kein Licht mehr. Stimmt. Und jetzt können wir versuchen, den Typen zu angeln, der das Licht nicht mag. Ich denke, das müsste sogar gehen. Wir dürfen einfach kein Licht holen. Einfach kein Licht holen und ein bisschen Glück auf Glück hopfen, natürlich. Weil wir sehen ihn ja nicht. Okay, er ist im Dunkeln und wir sehen ihn nicht. Deswegen, wenn wir ganz viel Glück haben, können wir ihn finden. Okay, ich sehe so absolut gar nichts mehr, Leute. Wo ist der Typ? Er hat die Angst vor Licht. Das heißt, er muss hier irgendwo tief sein. Oh, irgendwas hat ange... Warte mal. Hat er meinen Fisch gebissen? Der Typ beißt jedes Mal meinen Fisch an. Das ist der Typ, den ich fangen will. Aber warte mal. Wieso zum Teufel? Was für einen Fisch will er haben? Ich habe ja keine Ahnung, was für einen Fisch er haben will. Wenn ich das wüsste. Oder habe ich keinen Huge Hook geholt? Oh, könnte sein, dass ich keinen Huge Hook geholt habe, oder? Ich mache es doch mal und versuche es nochmal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der... Ne, ich hatte den Huge Hook dort. Oder auch nicht. Keine Ahnung, ob ich ihn hatte oder nicht. Nein, schon wieder hat er so ein gelber Angebissen. Oh mein Gott. Schon wieder hat er... Ja, er ist es jedes Mal weg. Bitte. Warte mal, bringt das überhaupt was? Ja, die gelben beißt einfach mal an. Ich hasse die gelben zu Tode. Habe ich überhaupt noch eine Huge Hook? Ich glaube ja, Leute. Ich glaube, jetzt könnte ich trotzdem noch einen Fisch fangen, wenn ich Glück habe, oder? Lass mich trotzdem versuchen, das Beste zu machen aus dem Ganzen. Oh! Das ist so cool. Ich will den haben. Aber ich weiß nicht, wie. Ich komme da nicht ran. Ich nehme eine Bombe. Und versuche, das hier zu bekommen. Okay, dieses Item, was es dort gibt. Oh mein Gott. Ah, ne. Die sind gar nicht so gut, wie die aussehen. Die sind so billig. Einfach nur ab. Wo ist es? Da ist es. Yay! Cool. Das ist sehr, sehr geil. Und was macht es? Weil jeder Hut hat hier irgendwie seine bestimmten... The Booster. Your boat holds 8 extra Fisch, but it's sluggish. Sluggish? Okay, das ist echt ein blödes Upgrade. Jetzt kann ich mehr Fische haben, glaube ich. Jetzt kann ich 14 Fische auf dem Boot haben, aber... Es ist total behindert. Also, ich finde es echt nicht gut, ehrlich gesagt. Oh, ich hätte Huge Hook holen sollen. Ich weiß, ich vernachlässige so ein bisschen die Quests gerade, aber ich würde ein bisschen was fangen, was ich gerne möchte. Deswegen Huge Hook. Und wirf. Und er lasst mal sehen. Bitte kein Gelber, bitte kein Gelber. Oh nein, warte mal. Wir haben eine Bombe, ne? Bedeutet, dieser Typ wird zuerst von der Bombe erwischt. Okay, er wird jetzt erwischt und läuft weg. Okay, kommt er wieder? Kommt er wieder oder nicht? Bitte komm wieder, bitte komm wieder. Ich sehe gar nichts. Und Sizer hat mich attackiert, sodass ich jetzt gar nichts mehr habe. Oh mein Gott, wenn ich irgendwelche Fische hasse, Nummer 1 Sizer, Nummer 2 dieser gelbe unnötige. Also so schlimm, Leute. So schlimm. Okay, Leute, ich werde nochmal Licht holen. Und ich glaube, ich sollte mehr Fische fangen, ne? Weil ich glaube, ich sollte mein Level erhöhen, damit ich tiefer komme. Hat das was damit zu tun? Ich glaube, ja sogar, Leute. Ich glaube sogar, ja. Dann lass mal sehen. Oh, Nemo. Nein. Oh, du. Du bist neu, ne? Warte mal, bist du... Warst du eine Quest? Ich glaube, du könntest sogar eine Quest gewesen sein, oder? Und ich will mal sehen, wie mein Level hochgeht, wenn ich einen Fisch fange. Und mein Level... Wow. Oh, wir haben sogar eine Quest erfüllt. 5000 bekomme ich für die Quest. Du bist zwar nichts wert, aber das ist ja egal. Wow. Und Red Skitter habe ich immer noch nicht gefunden. Red Skitter ist, ich glaube, so ein kleiner, roter Fisch. Aber... Und Stalker. Catch one Stalker. Was auch immer der Stalker ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, im Meer sind nur noch Sizer, Leute. Und die Sizer sind die schlimmsten Fische, die... Oh, mein Gott. Geh weg. Geh weg. Warte mal, bist du ein... Ne, du bist ein rosa Fisch, ne? Der gar nichts wert ist. Also, ja, dieser highartige Fisch, der so extrem brutal aussieht, ist einfach mal gar nichts wert. Ich warte, ihr seid mehr wert, oder? 6800. Ja, ihr seid mehr wert. Oh, mein Gott. Wie traurig. Aber, ein letzter Wurf, Leute. Wenn es nicht klappt, dann tut es mir leid. Also, dann war es das für heute. Weil, wie gesagt, ich will nichts erzwingen oder so. Keine... Ich finde einfach, das bringt nichts. Meistens kommen die guten Fische nur aus Zufall, oder wie auch immer. Aber, je höher unser Level ist, desto tiefer kommen wir auch. Nein, nein. Okay, das ist gar nicht so schlimm, wenn ihr anbeißt. Weil, ich habe immer noch die Huge Hook, was sehr schön ist. Hier, ihr seid interessant. Und da... Wow, zwei Mützen. Sorry, ich würde die so gerne holen, diese Mützen. Diese vor allem da unten. Was auch immer die macht, ich will die holen. Ich will die einfach holen, okay? Bitte keine Gelben, bitte keine Gelben, bitte keine Gelben. Solange es keine Gelben sind, Leute, ist alles gut. Oh, Gott. Ich habe echt Angst. Oh, Gott. Keine Gelben, bitte nicht. Oh, ja. Oh, mein Gott. Hier. Ja. Kann ich noch mehr? Bitte sagen wir, ich kann zwei Hüte auf einmal. Natürlich nicht. Was für eine Frage. Jetzt machen wir dasselbe nochmal, Leute. Dieser Hut sieht unnormal aus. Keine Ahnung, was der macht. Aber ich denke, der könnte gut sein, oder? Der Hut, you can see the long range fish. Long range fish. Ist das dieser Fisch, den ich die ganze Zeit schon fangen wollte, aber nicht konnte? Okay, jetzt holen wir noch ganz kurz die andere Mütze, die da unten ist. Weil ich will die echt nicht so gerne verpassen, ehrlich gesagt. Oh. Oh, mein Gott. Ein Traum. Alter. Seht ihr das, Leute? Alter, man sieht die Range der Fische. Und ich glaube sogar, wann sie anbeißen kann das sein. Gib mir erst mal das hier. Oh, ja. Wir haben es. Okay, sehr gut. Das ist ein Traum. Das ist echt ein cooles Upgrade, Leute. Wow. Echt unnormal. Also die Hüte lohnt sich sehr. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Aber die beißen nicht an. Solange sie, ich glaube, nicht in der Range sind. Oder wie auch immer. Ich weiß es nicht genau. Aber voll geil. Und das ist, äh, Fisch are worth double, but rot upgrades are disabled. Also wir können keine Upgrades für der Stinkster haben, für die Angel. Aber die Fische sind doppelt so viel wert. Das heißt, Schwertfisch wäre 400.000 wert. Aber ohne Upgrades. Ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da Fische fängt, okay? Komplett dumm. Also ich finde die schon definitiv besser. Wieso muss ich jetzt Geld bezahlen? Okay, wie auch immer. Das war es für die Folge. Für mehr davon lassen wir uns noch oben da. Falls du es bis hierhin geschafft hast, schreibe Hexenhut in die Kommentare. Und ich richte mich wieder. Bye. Danke für das so eine schöne Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und wenn du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Videocontents. Und wenn du mal benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke für das so eine Schaue und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.